So, wunderschönen guten Tag hier bei fleck-elektroauto.de Ich zeige euch heute mal nach den zwei ersten Filmen, was es alles Neues gibt oder was ich Neues entdeckt habe. Zum Beispiel hier einen viel stärkeren Controller, der mehr Drehmoment zur Verfügung stellt und bis zu 70 kW Motorleistung. Dazu habe ich dann einen Kabelbaum fertigen lassen, in Serie, damit ihr weniger Arbeit habt, sonst müsst ihr alle diese Kabel hier reinstecken. Dieser Kabelbaum ist beschriftet, zum Beispiel sieht man hier, auf jedem Kabel steht, für was es ist. Dafür gibt es dann Pläne, die schauen dann so aus. Oben steht, was auf dem Kabelbaum draufsteht und hier unten, welche Kabelfarben wohin kommen. Zusätzlich, wenn irgendwelche Fragen sind, bin ich immer telefonisch erreichbar zum Anschließen. So, ich zeige euch mal kurz, wie es ungefähr funktioniert. Hier haben wir ein weißes Kabel, da steht dann B Plus drauf. Das B Plus, da werden dann 96 Volt draufgegeben. Und sobald 96 Volt drauf sind, springt der Controller an. Diese 96 Volt schalten wir mit einem Schütz auf, das mit 12 Volt Spulenspannung funktioniert. Das heißt, hier geben wir 96 Volt Dauer Plus, hier 96 Volt geschaltetes Plus, hier auf diesen Controller. Und diese Spule wird mit 12 Volt bestromt. Das funktioniert dann so, über den Schlüsselschalter schalten wir den Schalter des Plus von der Autobatterie, 12 Volt. Diese 12 Volt gehen erst über diesen Notausschalter, dann über das Ladegerät. Wir gehen mal kurz zum Ladegerät rüber, zeige ich euch das auch. Hier sind zwei Kontakte, da drinnen ist ein Öffnerrelais. Mit diesem Öffnerrelais wird dann praktisch, sobald 220 Volt anliegen am Ladegerät, wird der Stromkreis unterbrochen und man kann nicht mehr fahren. Von dort aus geht das Kabel dann hier an dieses Nebenschütz. Das andere geht auf Karosseriemasse, schon ist die Sicherheitsschaltung fertig. Dann haben wir, ich bringe die ganzen Kabel am Boden. Hier zum Beispiel, hier sind die Kabel dran, für den steht es auch beschriftet, Encorder und Temperatur, Temp. Der Encorder ist beugtisch der Zahnradgeber von dem Elektromotor, wird hier eingesteckt. Und der Temperaturfühler wird hier eingesteckt. Hier ist der Main-Kontaktor, der kommt dann ans Hauptschutz. Bitte so einstecken, nicht gegenüber. Manche stecken das dann so gegenüber ein, das funktioniert dann nicht, weil ihr macht dann einen Kurzschluss hier über diese Fahnen. Gut, dann hier ist ein Vorwärts-Rückwärts-Schalter. Das sind dann drei Kabel an dem Kabelbaum, den ich gerade nicht finde. Muss ich selber direkt schauen, wo der ist. Warum liegen die alle am Boden? Jetzt haben wir jetzt erstmal das Gaspotti. Da sind auch drei Kabel dran. Hier grau, gelb und grün. Bei älteren Fahrzeugen, die noch mit einem Gasseil betätigt werden, kann man diese Pottbox verbauen. Das heißt, hier hängt man den Gaszug ein. Dabei ist es auch völlig egal, ob der nur die Hälfte ausgelenkt wird oder ganz ausgelenkt wird. Weil das kann man alles dann in dem Controller einstellen. Hier hat man nochmal drei Kabel, die werden hier angeschlossen zum Potentiometer mit Treiber, Viper, Pot-Low und Pot-High. Mehr ist es nicht. Für die neueren Fahrzeuge, die mit dem elektronischen Gaspedal ausgelegt sind, kann man hier drei Kabel sich entnehmen. Die machen genau dasselbe. Schließt man hier an, stellt man ein, fertig. Dann braucht man kein anderes Gasside verbauen. So, den Vorwärts-Rückwärts-Schalter, das Kabel sehe ich gerade nicht. Schaue ich trotzdem nochmal, ob ich es gleich finde. Irgendwo müsste es liegen. Ah, hier ist es. Da sind auch drei Kabel dran. Ein weißes, braunes und ein grünes. Das weiße kommt in die Mitte. Grün und braun auf die andere Seite jeweils. Und damit kann man dann Vorwärts-Rückwärts fahren. Man kann aber über den Gang auch rückwärts fahren. Das ist kein Problem. So, hier haben wir noch ein Kabel. Da sind schon zwei Stecker vorbereitet. Der eine kommt hier an das Display. Das ist auch dabei, das Display. Damit kann man über das einseitige Display sich alles ansehen. Zum Beispiel Motortemperatur, Kontrollertemperatur, wie viele Newtonmeter anliegen, wie viele Kilowattstunden, welche Spannungen, welcher Strom am Motor oder an der Batterie, Fehler, alles sowas kann man hier mit anzeigen. Der andere Stecker hier, der dran ist, das ist zum Programmieren von der Konsole. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder so ein Handheldprogrammer, der schaut so aus. Das ist ganz einfach. Dann steckt man dann hier ein. Oder über den Laptop könnte man es auch einstellen. Da gibt es ein Kabel dazwischen. Diese Sachen gebe ich zum Einkaufspreis weiter, da ich froh bin, wenn jemand das hat zum Einstellen. So, dann läuft der Motor im Prinzip schon. Mehr braucht man nicht. Die anderen Kabel, alles was noch dran hängt, das zeige ich euch jetzt nicht alles. Da braucht man eine bestimmte Software. Zum Beispiel Tempomat oder Rekuperationsabschaltung, Rekuperationspotentiometer und alles so Sachen. Das ist an dem Kabelbaum dran. Wobei... Toll. Moment. Der Kabelstapler. Leider nicht elektrischt, deswegen laut. Ein paar schneller. So. Für eine laute Kabel. Und auch gerade jetzt. Nächstes Mal machen wir den Film in der Nacht, wenn keiner vorbeifährt. Über dieses wollte ich ja noch sagen, wir können hier bei diesem Controller stufenlos rekuperieren über das Gaspedal. Das heißt, ihr braucht nie wieder auf die Bremse steigen und ihr könnt alles praktisch über das Gaspedal kontinuierlich und variabel steuern. Also entweder Gas oder stufenlos bremsen. Das geht alles nur noch über das Gaspedal. Deswegen brauchen wir nicht unbedingt diese Software. Gut. Für diesen Controller hier ist schon ein Wasserkühlkörper aufgeschraubt. Wenn du mal da her leuchtest. Da ist schon ein Wasserkühlkörper aufgeschraubt. Ich habe auch kleinere. Die gibt es ein bisschen gegen Aufpreis. Es reicht aber auch ein Luftkühlkörper. Manche wollen halt die Heizung noch mit diesem betreiben. So. Hier ist ein Motor. Das ist wieder ein 20 kW Motor. Wir haben 13, 20, 28 und 44 kW Motoren. Auch verschiedene Drehmomente. Zum Beispiel, wenn jemand direkt an die Kardonwelle was anflanschen möchte. Dann wird er noch ein bisschen größer, der Motor. Aber bringt bis 370 Newtonmeter. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Aufnahme für einen VW Käfer. Das heißt, Benzinmotor, 4 Schrauben weg. Der Käfer ist ziemlich einfach umzubauen. Und einfach diesen Motor wieder hingeschraubt. Jetzt gehen wir mal weiter, was es noch alles gibt. Hier zum Beispiel ist ein DC-DC Wandler. Das bedeutet, aus 96 Volt werden wieder 13,8 Volt gemacht. Und zwar ist das wichtig. Das ist praktisch die Lichtmaschine von eurem Auto. Weil diese 12 Volt Batterie bleibt erhalten im Fahrzeug. Dieser hat jetzt 450 Watt oder 33 Ampere. Kann man auch parallel zwei schließen. Wäre auch kein Problem. Wärmeleitpaste. Klar, habe ich auch dabei. Hier ist der Stecker für den DC-DC Wandler. Hier zum Beispiel ist auch noch interessant, hier ist eine Bremspumpe, Bremspumpensystem. Das ist ein zugelassenes Bremspumpensystem. Hier ist eine helle Unterdruckpumpe. Hier ein abgenommenes Schaltkästchen, womit der Unterdruck, über den Unterdruck wird praktisch die Pumpe ein- und ausgeschaltet. Hier ist ein Rückschlagventil, das in die Richtung ansaugen kann und in die andere Richtung sperrt. Und hier noch ein T-Stück. Die Sachen sind alle dabei, sowie auch dieser Halter. Dann schließt man einfach nur noch Plus und Minus an. Braun ist Minus. Weiß ist Plus. Geschaltet ist Plus. Und der Grüne wäre noch eine Überwachung für den Innenraum. Falls die Pumpe nicht funktionieren sollte, würde die Lampe angehen. Gut. Jetzt gehen wir weiter. Die Anschlüsse habe ich auch da. Ja, komm gleich. Ich hole mir mein Kind. Keine Sekunde. Das reicht nämlich. Hat schon einen elektrischen Hobbykar. So, bist mit drauf. Gehen wir weiter. Hier ist das Ladegerät. Das habe ich euch schon mal erklärt, kurz. Mit diesen zwei Anschlüssen. Das sind diese zwei äußeren. Hier geben wir 220 Volt drauf. Das wird fest installiert. Im Auto. Hier ist nochmal ein Stecker. Damit kann man das Gerät ein- und ausschalten. Über einen Fernschalter oder einen Temperatursensor einbauen. Oder ein Batteriemanagement-System anschließen, dass das Ladegerät ausschaltet. Unter der Abdeckung ist es einstellbar. Über eine Pottischraube, Strom und Spannung. Dieses E-Prom für diese Lithium-Ladekurve ist schon integriert. Hier haben wir die Batterien. Ich hatte in einem Film mal erklärt, es gibt schwarze Batterien. Die sind kleiner und besser. Wir haben die getestet. Ich fand sie nicht so toll. Es hat einen Haufen Probleme gegeben mit diesen Batterien. Die blauen und die gelben sind sehr gut. Gab es noch nie Probleme nach fünf Jahren. Ich mache es nach wie vor jetzt mit diesen Lastmodulen. Die werden einfach hier oben drauf geschraubt. Die praktisch balancieren die Batterien beim Laden. Es wird aber jetzt ein BMS-Rad hergestellt. Das wird auch nicht sehr teuer werden. Kann auch alles. Kann sogar über die Tankanzeige dann die Kapazität, die in den Batterien ist, noch anzeigen. Aber das wird noch einen Monat dauern. Kabeldurchführungen habe ich natürlich auch. Was gibt es noch zu erzählen? Wenn ihr Fragen habt, geht auf meine Homepage fleck-elektroauto.de und vielleicht hören wir uns. Da ist auch ein Kalkulator. Dann könnt ihr euch zusammenrechnen, was das ungefähr kostet. Das ist natürlich ein ungefährer Wert nur. Der genaue Wert bitte einfach anrufen. Ich kann euch das auch am Telefon erklären. Alles klar? Dann tschüss für eine grüne Zukunft. Tschüss. Genau. Haben wir es geschafft?